Es gibt Spiele, da bist du derjenige, der gefragt ist, vorne die Bälle zu verwerten. Es gibt Spiele, wo du gefragt bist, den Ball nach vorne zu tragen und einem anderen zu geben und zu sagen, hier mach mal. Heute hast du irgendwie den Zauberfuß und holst den Sieg nach Hause.